Hier im Audienzsaal im Schloss Hever treten gewöhnlich professionelle Musikerinnen und Musiker auf und geben hochkarätige Konzerte. Aber einmal im Jahr dürfen besonders talentierte Schülerinnen und Schüler unserer Musikschule hier in diesem tollen Rahmen ihr können unter Beweis stellen. Leider ist in diesem Jahr alles anders. Corona-bedingt mussten wir unser Musikschul-Schlosskonzert absagen. Umso erfreulicher ist es, dass wir die Erlaubnis bekommen haben, in Ton und Bild einige der Beiträge, die für das Konzert geplant waren, heute aufzuzeichnen, um sie dann hinterher im Netz veröffentlichen zu können. Für diese Erlaubnis sagen wir dem Schloss Hever und seinem Team ganz herzlichen Dank. Sieben junge Musikerinnen und Musiker werden zu hören sein. Sie heißen Philipp Ehmann, Nils Schiefke, Nicole Schellenberger und Andreas Daniel Badruch am Flügel, Marie Struss und Anne Karelz an der Querflöte und Piet Thiessen mit Gitarre und Gesang. Der gesamte technische Bereich liegt in den versierten Händen unseres Kollegen Thorsten Seliger. Die Musikschule Friesland-Wittmund wünscht Ihnen und Euch ganz viel Freude mit dieser Musik aus dem Schloss Hever. Musikchule Friesland-Witt regrets im Flügel-Apple und蔡 Schellenberger-Machstattel. Musikchule Friesland-Machstattel. Musikchule Friesland-Machstattel. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020